Wow, 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 liebe Leute und willkommen zu einer neuen Let's Play, ja zu einem neuen Let's Play und das alles nennt sich Black Ops, jawohl, ich bin hier in die Shooter-Szene reingerutscht und ja, wie gesagt, Black Ops hört's einfach zu und dann würde ich sagen, geht's ab ins Gemetzel, so. Ich hoffe, ich habe auch noch so und da mal einen Aim, nicht wenn ich hier noch ganz abschiele. So, und den können wir da hier mal gleich mal abschieben, so da lang. Oh je, oh je, da müssen wir doch wohl kurz was einstellen, denn... Vollbild, nein, oder doch, ja, Antilisierung, Bildformat, Bildfrequenz, Bild-Synchronisation, Shader, Farming, Schatten, ja, Treffspurenzahl, Helligkeit, äh, 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 äh. Nun ja, wir tragen Sturzlipper. Wormen, Carlos, Feuerschutz geben. Wir kämpfen uns durch die Straßen vor. Mason, zu mir. Ab durch die Straßen. So. Ja, geht doch weg, Carlos, Mensch. Entschuldigung für die, äh, kleinen Legs am Anfang, die werden natürlich dann bewogen werden. So, da messelt's ja richtig hier. So, kurz nachladen. Und mal den Sound nach, äh, runter schrauben, weil der ist doch sehr laut. So, das würde erstmal passen. Gut. Kommt her, ihr alten Ganoven. So, ich hab keine Ahnung, wo ich da hin soll. Ich weiß auch gar nicht, wie man laufen kann. Ja, ist er. Ziel erledigt. Kontakt in der Gasse. Ziel ausgescheitert. Oh, yeah, Mene, da geht's doch etwas mehr ab, als wie gedacht. Kontakt erledigt. So. Hinter uns. So, den haben wir mal ganz schön eine reingewallert hier. Okay, bin ich auch los. Ich bin nicht ungeschützt. So, ab in die normale Munition und... Das ist ja auch wahnsinnig. Hier geht's ja richtig ab. Carlos, helft mir. Ja, ab da rein und... Hier einsteigen. Super, jetzt fahren wir mal etwas Auto. Und... Ja, schauen mal, wie viel PS die hat. Rechte Rückwärts-Taste. Gut, und jetzt wahrscheinlich nach vorne. Oh, ne, so, da, lach. Oh, yeah, Mene. Das sind doch mal ein paar Special-Effekte. Bam, bam. Oh, yeah, Mene. Das hat doch mehr zu bieten, das Black Ops, als er wartet. So. Wie gesagt, ich muss dann noch die Sounds etwas nochmal nach unten schrauben. Hier nochmal. Und ich würde mal sagen, das Black Ops, das läuft ja immer flüssiger so. So ist es ja nicht. Wie gesagt, mein PC hält es locker aus. Aber ich habe keine Ahnung, warum die Framerate hier gerade dauernd einbricht. Ja, hier geht es ja eigentlich wunderbar. Ohne Leggen, ohne gar nichts. Jetzt, jetzt dürften wir gehen, oder Mason? Hey, Woods. Hey, Woods. Hey, Woods, mein alter Freund. Und wo ist der andere? Ja, der ist weg. Ja. Achso, soll ich mit dir? Ja, wollte ich doch, Mensch. So, jetzt fahre ich hier runter. Super. Und wusch. Ja, und die anderen, die machen hier die Arbeit schon für mich. Super. Gehen wir doch mal hier gleich durch. Und, schau mal, wer da... Ah, na, Kampf, soll ich ihn ausschalten? Und, wamm, und da haben wir ihn mal hier gleich die Kehle abgeschnitten. So. Beziehungsweise, wir haben ihn erwürgt. Okay, nicht angreifen. Wenn du das so sagst, Broman, ja, Bowman. Wann sollen wir angreifen, Bowman? Wir sollen sie passieren lassen. Na gut. Alles, was du sagst, Bowman. So. Und ich rechte Flanke. So, dann geht's hier auch schon total ins Kugelhagel gleich. So, da oben ist auch schon der erste hier. Den knallen wir doch mal gleich vom Fernkampf ab. So. So, da oben noch der alte Schlumpf. Super. Da läuft also alles wie, wie... ...gegossen. Okay, da ist niemand drin. Ja, Wubutz, du bringst mich hier immer zum Hängen. Mensch, du alter Casanova, du alter. So. Wer schlägt die Tür ein? Ich bleib zusammen, Bowman. So, den haben wir mal niederbekommen. So, da la. Und hier mal den Rest hier mal voll die Kopfschüsse verteilen. Jawohl, das geht doch wunderbar, muss ich hier so sagen. Und hier mal nachladen zwischendurch. Und den nächsten hier mal wegsebeln. So. Irgendwie kann man auch noch Granaten werfen, ja. Ich weiß auch schon wie. Äh, alter, alter. So. Die sind auch hier schon mal aufgeräumt. Jetzt geh ich mal hier hoch. Ziel erledigt, Leute. So, da oben müssen wir wahrscheinlich wieder die Tür aufhacken. Oder? Der Wutz, der macht das schon. Ja, ich bin die, nein. Wow. Ja, du musst schon weggehen, sonst kann ich hier nicht schießen. Wutz, Mensch. Der Wutz, der ist so ein Casanova. Oh yeah, mit der, da geht's ja ziemlich ab hier. So, und hier mal. Bam. So, da la. Ja, hier sind auch schon, äh, sämtliche Pumpguns am Boden. Und der hat einen saftigen Kopfschuss von mir abkassiert. So. Hier geht's auch schon weiter. Die ganze Bude wackelt hier. Wir hier mit ATO-G-Visier. Total ausgerüstet. Du kommst hier mit. So, hier vibriert alles. Also, hier mal kurz eine Granate hinwerfen. Mal gucken, was hier so aus dem Fenster. Die schöne Pracht von Kuba. Alles brennt und, also, total Touristen auf, ähm, aufjagend. Und, so, dann geben wir doch mal sämtliche Kopfschüsse hier. So, da la. Abschuss bestätigt. Hier mal gleich nochmal nachladen. Und in das nächste Kontrollpunkt. Super, was machen wir denn jetzt? Bam, bam, bam. Alles in Slowmotion. So gefällt mir das, Leute. Bam, bam, bam. Denen hab ich doch mal einen Kopfschuss gegeben, oder? So. Oh mein Gott, die B26er legen gleich die Bomben ab, höre ich so. Hier über Funk. Total Hightech, MyTech, der Wutz. So, hier mal gleich. So, und jetzt hier. Bam. Ahm, jetzt hab ich ihnen die göttliche Kugel gegeben. Super, in den Kopf. Jawoll. So mag ich das. Oh je. Oh je. Wutz. Warum hast du die erschossen, Mensch? Die Arme. So, wo bist denn du? Ja, sag mal, hier geht's auch schon wieder weiter. Ja, komm, gehen wir raus. Äh, Wutz. Ah, die bayerische Armee, oder wie? So. Und der Bowman, der ist gar nicht mehr hinter uns, merke ich gerade. Der ist wahrscheinlich hier kurz kacken, oder so. Ich weiß ja nicht. So, das gefällt mir langsam, das Let's Play. Da es ja ein 18-jähriges Let's Play ist. Und natürlich kleinere das auch gucken dürfen. Aber, da es ab 18 ist, darf ich auch härtere Begriffe nutzen. So, hier der erste. Und hier der zweite. Und der dritte. Und der nicht der vierte. Gut. So, der dachte hier. Ja, ich unterstütze dich schon, Wutz. Beide bei der Säule. Jawoll, ey. So, du musst mich auch ein bisschen schützen. So, wo ist denn der ganze Mist hier? Da liegt der ja. Der Rotz. Ja, das würde ich auch mal so meinen. Aktivität bei der Säule. Ja, wo denn, Mensch? Aktivität bei der Säule. Ja, hier. Ja, super. Wir können durch hier. Komm, Bowman. Oder wo willst du hin? Mach doch schon wieder ein Kaffeetränzchen hier. Geht doch gar nicht. Wir sind hier bei der Arbeit. Du wirst hier bezahlt, Mensch. So, da la. Hier geht es noch mehr ab. Sehe ich gerade. Den knallen wir doch mal gleich runter von der großen MG. Und mach mal Kleinholz aus denjenigen. So. So, da la. Und nieder mit dir. So, hier machen wir gleich einen super Special Attack hier. Und knallen die ganzen Leute ab. So, da la. Hier mal voll Mettlerei. So, da können wir doch mal hier gleich. Was für DTR? Was ist denn jetzt los, Mensch? Der, 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 der erwähnte Begriffe, die haben wir noch nie mal im Leben gehört. So. So, da la. Ups, da la. Das ist der Parrot. Der ist also von uns, sehe ich gerade. Und da sind mehrere von uns. Und, ja. Wir folgen mal unserem lieben... Ja, ich komme ja schon. So, mal kurz rüber rennen. Und ab in den Busch. So, jetzt sind wir hier. Spielen wir hier was auf Monkey Island. Und rennen hier durch Büsche von Kuba. Und, man, wie man sieht, ist hier richtig der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Das muss man schon so sagen. So. Ja, auf F zum Abseilen. Das machen wir doch mal gleich. Hier. So, ja, wo denn hier, Mensch? Ja, wie kann ich mich abseilen hier, Mensch? So, jetzt. Ich denke mir, ich kann mich hier nicht abseilen, oder wie? Ja, wie seilen die sich ab? Ja, wir grutzen den Nesen hier. Alter Schwalter. Der Parrot ist hier auch schon an den Berg hier. Oh, und langsam habe ich keine Munition mehr. Da rennen wir doch mal hier gleich rüber. Oh, das ist auch einer von uns. Bewegung. Und ab hier. Noch 100 Meter. Wir machen hier einen auf Supermarathon. Und laufen schnell zu unserem Flugzeug. Schneller. Schneller. So, wir sind hier gleich angekommen. Ich bin doch hier. Äh. Ich dachte, ich bin verreckt. So. Yeah, ich habe eine dicke MG. Das gefällt mir doch super. Kann ich doch mal hier gleich so ballern. So. Hier mal ein bisschen aufräumen. Aufräumen. So. So, immer diese... Man muss immer diese... Äh, versuchen, diese Transporter zu erwischen. Denn die explodieren und... So. Nieder mit dir, ihr alten Casanovas. Äh. So, da laddi. Wäre niedergemetzelt wie nochmal was. Keiner bleibt hier stehen, wenn Hannibal Gaming hier dran ist, Black Ops zu zocken. Jawohl. Unsere Munition ist, äh, nicht laut, aber... So. Oh, schnell hier rein. Linke Maustasse. So. Und hier... Das scheint eine etwas stärkere Musik zu sein. Äh, Musik, äh, Waffe natürlich. So. Die Blöden haben mich niedergenommen. Und ja, da werde ich schon angegriffen von den Kubananern. Kubananern. Das habe ich natürlich absichtlich gesagt. Kubaner natürlich. Nicht die Kubaner. Krüsen tot. Wir haben sie geteilt hat. Rusalka. Wir achten sie, ihr Plan wäre geheim? Wir wissen alles. Machen sie mir die Masiwahl. Trachten sie ihm als Geschenk. Unser Anholz. Aber sorgen sie dafür, dass er lebt. Das wird mehr als in seiner dunkelsten Vorstellung. Ich habe bleiben für dich, Amerikaner. So. Ich würde sagen, das war auch die erste Folge von Let's Play Black Ops. Ihr könnt wieder einschalten, wenn es heißt, schießt die Russen ab. Jawohl. Tschüss. Bis bald. 9. 14.